dann wollen wir weiter suchen weiter suchen weiter suchen schauen wir mal also wie gesagt der maulwurf ist ja ganz nett aber so da haben wir schon mal dich passt doch perfekt so würde ich aber auf jeden fall und du hast auch noch was nein Ja, das war's. So, wir fahren mal 11 Pferde, ja. Neue Suche. Hallo? Ich hab's hier noch ne Menge gefunden, okay. So, ich hab's hier noch ne cute. Das ist das Kind? Bedeutung-Schwen之 futuro. So, gucken, was meine Sucher jetzt noch finden. Ob sie was finden. Da hinten hat er noch was gefunden. Mini-Voron. Und du findest gar nichts mehr, oder wie? Okay. Dann sind wir... ...hier durch. Oder? Ich hab vergessen, dass er hier noch pumpt. Und ich wusste nicht, wie groß das hier noch ist. Ah, Mist, 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 Mist. Da war ich zufreulich. Ach, Mann. Gehen wir mal aus dem Weg. Ich weiß nicht, warum hier immer noch eine Auktion stattfindet. Klar, jetzt werden 4% versteigert, aber... ...soll er sich doch die 4% holen? Wozu soll ich mir jetzt so wie viel Prozent holen? Das verstehe ich halt nicht. Ich hab da über 50%, ne? Hier. Hm. Also. Er hat jetzt auch 11% gerade mal. Weiß nicht. H90. H75. Nein, hier haben wir 90. Vorwärtsmarsch. Bumm, bumm. Faldera. Immer das Gleiche hier. So. Du hast was. Okay. So. Okay, ihr könnt erstmal präftig verkaufen. So, wo haben wir hier was? Direktor. Okay. Okay. Und du hast noch was. Okay. Ah ja. Hier kommen wir nochmal nicht. Wir wissen, ob das wirklich so viel schneller ist. Naja. Oh, die nächsten beiden Sucher. Er hat noch was. Okay. Uh. Oh, ich glaub ich muss das nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ey, ey, ey. Da muss ich die Schütze sauber holen. Schließen. Okay, die Wagen laufen. Ich würd sagen. Wir machen es einfach mal auf die Gier. Oh, zwölf Stück. Sollte ja wohl ausreichen, oder? Oh. Oh, jetzt müssen wir das nur beachten. Und wir suchen. Einfach nochmal weiter. Oh. 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 rubbish. Mhm, watched. Haben wir jetzt den ... Haben wir jetzt den doofen Maulwurf für sich ... math ... ja? Sehr gut. mehr war mehr ist auch nicht also wir können jetzt nochmal hier rüberjagen und sobald dann alle alle ist was das ja hier auch schon wieder durch diamanten sehr schön sehr schön 150.000 wir haben sogar einen diamanten jetzt können wir noch mehr land bewirtschaften so die letzte land bewirtschaften mal gucken was dann passiert das wird noch mal interessant ja und du kannst mal da weg gehen okay interessant sechs prozent 33.000 wer wenn man 20.000 für sechs prozent ausgeben können wir mal also bei 65 prozent aber wir sind doch schon bürgermeister oder etwa nicht also ich steigt hier persönlich auch nicht durch warum wir jetzt hier noch mal einer an der aktion sozusagen teilnehmen und da hat jemand einfach mal sein gesamtes vermögen ausgegeben nur um sechs prozent zu bekommen warum könnte man machen brauchen wir nicht ja hier überhalten den diamanten also eigentlich hat jedoch jetzt schon diese weise in kredit aufnehmen muss okay Ja. Da ist nämlich der erste schon wieder leer. Er findet hier hinten was. Bringt mir nur hier hinten, bringt mir nur nicht hier. Okay, was hast du jetzt gefunden? Okay. Okay. So. Okay. Es ist eng immer, ja. Aber es ist auch nur die Leitung, die hier pumpt. Du hast noch was sehr schön. Und du hast noch mehr gefunden. Ah ja. Das war ein kleines Volkoma. Ja. Dann bauen wir nur einmal aus. So und dann schicken wir sie wieder los. Und wenn denn wieder. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert hier noch. Na. Das war's. Mist. Wir hätten den September noch mit dem Kind. Ah. Na gut. Okay. Das ist wie es ist. Ah. Da war noch ein Dia. Frag mich. Nee. So. Okay. Wir haben noch mal richtig Geld gemacht. Tolle Arbeit. Mehr als die Hälfte der Stadtaktien gehören dir. Du hast die Kampagne gewonnen und bist der neue Bürgermeister. Ich habe als Premier etwas besonderes für dich. Triff mich im Rad aus. Aha. Gut gemacht. Ich bin mir sicher, dass du als Bürgermeister fast genauso gut sein wirst wie ich. Ja. Und du? Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Komm und siehe es dir an. Siehst du die Insel da drüben? Dort kannst du fördern. Ja. Okay. Wir haben jetzt alles rausgebaut. Aha. Falls du Gas findest, umschließe es mit Ruhe rein. Man aktiviert dann alle Anschlüsse in der Schleife, um einen Wärmeprozess zu beginnen. So weitet sich das Gas aus. Aber ich habe immer noch nicht verstanden warum. Und jetzt? Ach, wir hätten Dings mal kaufen sollen. So werden wir wahrscheinlich mit Siedlus arbeiten müssen. Oh, noch geht der frei. So. 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 Wir haben hier was gefunden, okay. That is a biggle, biggle, biggle. Achso, weil wir nicht genug Geld haben, doch. So. Du hast noch eins hier. Mhm. Okay. Okay. So. So. Also, wie gesagt, so gar nichts. Bin ich mit der ganzen Aktion hier noch gar nicht zufrieden. Was ist das hier? Okay. 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 Ich weiß nicht, ob ich hier noch eins inbauen kann, ne. Meine Silos volllaufen halt. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch die Frameme, die haben schon September. Einmal. Oh, am I hier noch? So Das hier ist doch wirklich... Das hier ist doch wirklich... Das hier wirklich bis... Oh Mann! Wir hätten hier so viel raus fördern können! Ist ja Wahnsinn! Oh Mann! Glückwunsch! Du hast das Spiel gewonnen! Du kannst Tomoy jetzt im Experte-Modus spielen! Wo die Charaktere Spezialkräfte haben und die Konkurrenz härter ist! Tolle Arbeit! Öl... Öl... Ölförder Performance in 24 K. Öl... Öl... Oder war das die Bank? Oder war das die Bank? Das war doch die Bank, ne? Ja... Öl... 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 Neue Kampagne! Jetzt können wir natürlich... The Heat Is On spielen! Diese Kampagne! Ja... Oh! Es sind auch ein paar neue... Andere Teilnehmer! Also... Joshua und Blanche sind gleich! Okay! Das machen wir dann... Würde ich sagen, beim nächsten Mal!